Es gibt aber auch Lieder, die diese Verbindung, die Integration oder die Verständigung von Kulturen zum Thema haben. Das können sich sie als Lehrer zu Nutzen machen, wenn ein neues Kind in ihre Klasse kommt. Und um so ein Lied gibt es jetzt, und da vorne stehen schon in den Startlächern, die Kinder aus dem Land der Blau-Karier-Flug. Die Blau-Karier-Flug. Dies ist also das Land der Blau-Karier-Flug. Kinder, geht es euch gut hier? Ja! Ihr versteht euch gut miteinander, oder? Ja, geht es euch gut? Sag mal, was macht ihr denn, wenn ihr die da vorne seht? Das sind die Rotbeflecken. Dann wird es euch nicht mehr so gut, oder? Aber wir haben einen Applaus für die Rotbeflecken, da kommt es nicht. Und ihr versteht euch auch gut, oder? Euch geht es gut? Super. Sagt mal, da vorne kommt noch welche. Wie findet ihr die denn? Die grünen Gestreiften? Na, dann sind ihr nicht so begeistert aus, oder? Hier kommt ihr, unser grünen Gestreiften. Achtung, nicht so dicht an den Rotbeflecken. Und hier, ihr seid das Land der gute Gestreiften, aber euch auch alles im Käsenwald, solange ihr unter euch seid, ne? Oder was macht ihr, wenn ihr ein Blau-Karier-Flug kommt? Eieiei, das möchte ich nicht wissen. Einer steht da vorne noch, eine steht da vorne noch. Und ein besonders großer Applaus für unsere Käthe-Flugstürk. Dann sind wir stattbereit. Es geht um das Land der Blau-Karier-Flug. Alle genau stehen. Und hier, ihr seid das Land der blau-Karier-Flugstürk. 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 Musik Musik Musik